Musik Wir haben sicher, dass wir jetzt zusammen sein können und ich tue es immer, dass wir vor allen Dingen auch hier im Bayerischen Landtag, die Kolleginnen und Kollegen, dankbar sind für die Kinder- und Jugendarbeit, die geleistet wird, im Gesamtenverband. Es gibt ja nicht nur den Fränkischen Fastachtsverband, sondern es gibt ja andere Fastachtsvereine und Faschingsvereine und Prinzenfahre und Gartentänze, also was es da alles gibt. Aber allein der Fränkische Fastachtsverband hat Mitglieder an Kindern und Jugendlichen großes Preis aufschreiben. 20.000 Kinder und Jugendliche. Und diese Botschaft, die müsste man ja jetzt eigentlich am Salvatoplatz abgeben, im Bundesministerium, dass wir dort dann auch mal die Zahlen führen, aber das haben wir dann nach der 5. Jahreszeit sozusagen. Ja, also ganz herzliches Willkommen und ich möchte jetzt zum nächsten Mal dann auch den Präsidenten hier, die wir dann an der Stelle das Wort geben und dann würde ich einfach dann auch die Gäste begrüßen, die jetzt außerhalb des Bayerischen Fastachtsverbandes sind. En fröhliche Musik Das ist eigentlich schon was ganz gut anwesend.